hallo liebe leute seid gegrüßt ich hoffe es geht euch gut wie immer wie ihr seht von zu hause aus heute aber diesmal habe ich den chat sogar dabei das heißt ihr könnt mir schreiben wo ihr seid was ihr macht und wie es euch geht und alles freunde 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 und ich habe den push jetzt bekommen wenn ich euch geschickt habe hier dass das alles passt hallo in düsseldorf da bin ich auch natürlich und ja von zu hause ich habe heute einen familientag meine schwester und ihrem freund und meinem sohn deshalb ein bisschen entspannt von zu hause aus deshalb morgen bin ich wieder im studio heute in heutigen in düsseldorf ganz einfach morgen wieder im studio von daher kein problem genau ja ja den servis den kann ich nachher mal kurz holen sehen wollt dann kann ich den mal kurz raushauen keine quarantäne nix ich habe mich morgen extra getestet ein bisschen schnupfen gehabt aber war kein corona von daher keine sorge ansonsten hätte ich auch nicht ich komme aus hellerhof das ist der stadt der brüche kommen aus düsseldorf hat jemand gerade gefragt ich will gestern war auch gut ja das war der martin palm der war echt toll der war echt gut hat das sehr schön gemacht für euch und ja war ja gut dabei ich habe das ja gesehen das ding habt ihr wirklich gut hingekriegt das christ muss ich sagen sehr sehr gut liebe leute sind wir schon 8800 im chat so dann legen wir los bei zwei minuten herzlich willkommen liebe leute zu christian live mein name ist ja heute von zu hause wie ihr seht ist ja eine spezielle zeit ist immer noch so ein bisschen weihnachtszeit und deshalb wie gesagt heute auf ja weil ich heute mit meiner familie wissen was machen wollte habe ich dann mache ich das von zu hause aus morgen bin ich wieder im studio wir haben natürlich heute ein gemischtes quiz zwölf fragen und erst mal ein frohes neues jahr wünsche euch allen auch das habe ich auch ganz vergessen liebe leute ganz vergessen und das erste christ wird wenn wir zwei kreis wir haben danach noch ein sport quiz mit dem rückblick 2021 wird auch sehr interessant und wir haben natürlich auch ein preisport für das heute der quiz und zwar sind das 50.000 coins die wir haben liebe leute das ist sehr sehr gut damit kann man sich ein rettungsdiener kaufen oder was anderes machen und nachher beim sportquiz geht es um 250 aber das heißt heute kann man richtig kassieren liebe leute wer folgt uns gerne auf instagram wie gesagt da gibt es ab und zu mal tipps und tricks ich habe mir überlegt dass ich morgen so ein bisschen ein paar tipps raushaue für fürs quiz morgen und dass wir da auch ein bisschen mehr aktiver sind auf jeden fall dass ihr uns dann mehr sieht also folgt uns da gerne wir haben euch den link auch aus wenn er raus fliegt oder am ende des quizzes was sagt der chat hallo zusammen mal reike niemand ist hier hallo juhu schönen abend zusammen euch geht's gut das ist so schön dass du viel dabei sind ich sehe 12.000 auf 500 leute schon wow ich bin euch auch mal ganz lieb ehrlich wo ich bin ich bin gerade in düsseldorf bei meiner schwester zu hause wie gesagt heute war familientag deshalb habe ich es nicht in schule geschafft morgen bin ich mal wieder im studio liebe leute und ja ich freue mich schon weil morgen und die ganze woche wird super interessant und nächste woche ich glaube da fängt die schulwoche schon anbunden einer unserer so sieht es aus aber ich denke mal wir 13.000 sind dabei ich denke mal wir legen los mit der ersten frage und die frage 1 kommt hier wie nennt man eine reihe die aus drei büchern besteht ist das ein dreifachroman ein heptologie trilogie oder dreier pocket jetzt ist es natürlich für die bücher wirmen tri buch schreibt einer naja das ist nicht so ja freunde dreier romane ist natürlich drei hat dreifachroman ist natürlich falsch drei pocket auffallstheptologie ist eine ganz andere zeit trilogie ist richtig und wie viele leute wussten das gucken das wussten glaube ich 13.200 leute wussten das sehr gut wow glückwunsch das freut mich sehr und ich denke mal wir gehen sofort weiter zur nächsten frage jetzt müsste ein bisschen mathematik können liebe leute die frage kommt hier toi 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 wie viele sekunden hat eine stunde 36.000 oder 3600 die frage dass er so richtig klassische quiz frage so ein alter klassiker man sagt man muss ja da muss man kurz nachdenken wie viele sekunden hat eine stunde stunde besteht aus 60 minuten das heißt man rechnet 60 minuten mal wie viel sekunden hat eine minu 60 60 60 mal 60 sind 3600 ist die richtige antwort sehr gut sehr gut sehr gut liebe leute 3500 haben falsch geantwortet ja 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 das ist ja ein bisschen verrechnet aber rechnet aber selber nach dann werden wir merken das ist richtig fosten raus ja schreibe einige dass ich kann das nicht machen wenn ich im studio bin aber wenn ich im studio bin dann will ich das wieder machen okay weil da gibt es die dritten frage viel glück liebe leute was ist die tuba uterina welche die eizellen zu gebärmutter transportiert eileiter eierstöcke rohr oder eikanal ja 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 das ist natürlich jetzt hilfs natürlich weil tuba uterina ist latein also gibt es eine wenn man auf jeden fall latein kann aber an der schule gehabt hat auf jeden fall dann wäre das ein bisschen einfacher richtig ist auf jeden fall eileiter und das wussten die meisten denke ich mal auf jeden fall euro ja also manchmal finden wir auch ein paar paar namen hier oder ein paar wörter die es wahrscheinlich nicht gibt warum gab es rettungsringe ja habe ich auch gesehen da wurde rettungs vergeben wahrscheinlich haben wir euch ab und zu vergessen einzugeben und da haben wir jetzt im nachhinein das noch bearbeitet aber das werde ich mit dem chef morgen noch mal nachklären vor der vierten frage gucken uns ein bild an jetzt fragen hierzu welcher vogel ist hier zu sehen kohlmeise bachstelze elster oder amsel dieser vogel wird auch im oder ich hab den mal so als ich habe das offische schwarz drossel wurde da auch mal da wird er gewandt wird 24 bis 27 zentimeter groß und natürlich ist das die gute alte amsel und das wusstet ihr hoffentlich ja gut ihr seid gut ich sehe nicht ganz genau wie vieles wussten aber ich denke mal ihr könnt das vor der fünften frage gucken wir uns ein video so da kommt die frage wie heißt dieser 20 21 erschienene film world on fire don't look up american hustle oder once upon a time in hollywood und guter film habe ich schon gesehen muss ich dazu sagen fand den gut man hat natürlich da gesehen dass man meryl streep und sie macht das natürlich zusammen mit dem alten guten leonardo dicaprio und der film heißt don't look up und wie wir wussten das wussten dass die meisten ja sehr gut ich bekomme ein nicken aus der regie das freut mich sehr gut magien die war falsch hat danke chat hände gut alles gut so geht jetzt gehen bis ins musik ecke die frage 6 kommt hier von wem stammt der hit diana ist das vom prinz the beatles michael jackson oder rolling stones bin ich mal gespannt ich sehe alles im chat print sich beatles michael jackson ich kann euch schon mal so viel sagen das kam raus mit dem album 19 1987 bad und für die es wissen kann 88 zimmer zu ziehen raus von michael jackson natürlich dort wussten dass die meisten ja das wussten die meisten sehr gut sehr gut sehr letzte frage wollen rettungsring anwenden da kommt eine 50 50 frage viel hervor aus welchem land stammt das gericht tempura ist das aus dem libanon oder aus japan buch ist dann das ist schon mal nicht wie ihr wisst das ist eine zubereitungsweise frittierter speisen auf jeden fall in der japanischen küche also japan ist die richtige antwort und das wussten auch einige hoffe ich jetzt gehen wir zur achten frage kein rettungsthema oder gucken uns ein bild an so wie heißt denn dieser spieler ist das david schwimmer massiv perry matt leblanc oder david der chat ist schon sehr schnell merke ich jetzt hat es sehr sehr schnell wie ihr schon mitbekommen habt sind da einige leute die aus france sehr bekannt sind aus der aus der serie auf jeden fall und den haben den wir da gesehen haben ist natürlich david schwimmer das ist die richtige antwort und das wussten auch sehr viele sehr gut sehr gut sehr gut vor der frage neun gucken uns noch mal kurz ein bilder malaysia so frage zu zu welchem land gehört diese flagge malaysia costa rica thailand oder puerto rico also thailand wir haben jetzt hier ja so ein bisschen so ein mix aus interessanten flaggen auf jeden fall ich sehe schon ich sehe schon danke animale mal 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 auch ihr seid zu gut ich merke das auch schon der chat sagt es schon sehr oft vor aber der chat kann es auch gut malaysia ist natürlich richtig ihr könnt das sehr gut wie heute sehr gut da habt ihr ja wirklich ahnung jetzt wird es auch ein bisschen schwieriger drei fragen haben wir nur noch und jetzt erhöhen den schwierigkeiten ein wenig frage 10 kommt hier wie heißt kein märchen der brüder grimm die sieben rahmen das weiße röslein der süße brei oder der goldene schlüssel ja ja ich sehe schon ganz viel im chat ganz viel im chat ganz viel im chat ja so sieht es nämlich aus das eine war komplett frei gefunden das weiße röslein gibt haben wir nämlich habe ich nämlich erfunden das gibt es nicht also auf jeden fall nicht von den brüdern geben deshalb ist das die richtige antwort und das wusste aber einige sich verrückt liebe leute oder ja so ein bisschen falsch geraten auf jeden fall das jetzt ich habe ja gesagt es wird schwieriger vorletzte frage die leute die kommt hier frage 11 kommt jetzt antonio wie weil die wurde in italien geboren in welchem land starb war das in deutschland in italien in frankreich oder in österreich ich glaube österreich italien geboren und zwar in venezia venedig geboren und ja jetzt könnt ihr wahrscheinlich nicht mehr antworten verstorben ist er in der wunderschönen stadt in wien und das ist in österreich deshalb ist das die richtige antwort und wussten das die meisten sehr gut letzte frage liebe leute so frage zwölf kommt hier in dieser welt von österreich-ungarn über einen sohn wie hieß er aluiz ludwig maximilian oder rudolf der lisa von österreich-ungarn war ab 1854 war sie ja kaiserin von österreich und ab 1867 war sie königin von ungarn und ihr sohn der hieß rudolf und das wussten wie viele leute 531 gewinnen herzlichen glückwunsch liebe leute wir gucken uns mal ein paar gewähren ich sehe sie leider nicht aber ja vergesst bitte nicht dass gleich das sportquiz noch mal ist das heißt um 20 45 geht es um 250 euro ein super interessantes quiz um das vergangenen jahr 2021 und es wird wirklich nicht leicht und es geht um 250 euro und ich drücke euch da die daumen also bis gleich heute sportquiz danke für heute hat ihr spaß war klickt uns auf instagram an folgen sehr gerne ich habe euch gerne ich hoffe uns auch am Ja, schade, da hat mich die Märchenfrage rausgehauen. Wäre die nicht gewesen, wäre ich durchgekommen. Na gut, dann würde ich sagen, bis gleich zur nächsten Runde Sport. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert mich. Vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal. Deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.